Hallo liebe Leute, wir sind auf der IMM 2016 und schauen uns jetzt mal bei Woodnodes aus Finnland um. Woodnodes ist ein Unternehmen, das uns immer wieder angenehm auffällt. Fast jedes Jahr erhalten sie Auszeichnungen für ihre Produkte. Und das ist hier jetzt das neue Produkt von Woodnodes, Squareplay heißt das, ist immer 80 Zentimeter breit. Hat jetzt eben halt vier Karos mal 80, endet wieder hier. Passt sehr gut auf Flure oder Korridore auch. Ist natürlich wieder Papiergarn. Die Produkte von Woodnodes werden mit großer Aufmerksamkeit für ökologische und ästhetische Werte hergestellt. Dieses finnische Unternehmen überrascht auch uns immer mit ihren neuen Ideen.